In meiner Holzwerkstatt arbeite ich am liebsten mit den Japansägen. Japan hat ja auch eine unheimlich alte Holzbau- und Zimmermannstradition und diese Sägen sind anders als europäische Sägen. Die werden nämlich auf Zug bedient und die europäischen Sägen werden auf Druck bedient. Meine Lieblings-Japansäge im Speziellen, das ist die Ryoba-Säge. Das ist eine rückengeführte Japansäge, mit der kann man ganz toll leisten und kleine Zuschnitte machen. Das ist mein Lieblings-Handwerkzeug. Es liegt immer griffbereit auf der Hobelbank. I-I-I-P-I-P-A.